Hallo, in einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man diese schöne Aufgabe hier, in der es darum geht, den Strom durch einen Kondensator und die zugeführte Energie auszurechnen, die mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt hatte, von Hand rechnet. Und das, was ich jetzt in diesem Video machen und zeigen möchte, ist, wie man an so eine Aufgabe auch im Netzwerksimulator LTSpice hereingehen kann. Falls man den nicht kennt, den kann man sich hier auf der Webseite von Analog Devices runterladen. Den gibt es für Windows und für Mac. Und wenn man den dann installiert, dann sieht das Programm und zum ersten Mal startet, dann sieht das Programm so aus. Und ein neues Schaltbild kann man sich erzeugen, indem man hier auf New Schematic klickt. Und jetzt müssen wir irgendwie diesen Text hier oben in eine Schaltung überführen. Also hier steht was von Spannung am Kondensator. Also wir brauchen auf jeden Fall mal einen Kondensator. Den finden wir hier. Den kann ich dann mit der Maus einfach auf der Schaltfläche hier platzieren. Mit Escape komme ich aus diesem Modus wieder raus. Jetzt brauche ich noch eine Spannungsquelle. Die findet man hier ein bisschen versteckt unter Component. Da gibt es alle möglichen Komponenten. Und wenn man ein bisschen rüber scrollt unter Voltage, findet man auch eine Spannungsquelle. Die platziere ich mir auch hier so hin auf die Seite, so wie man es so kennt. Und drücke Escape auf der Tastatur, um wieder aus diesem Modus herauszukommen. Denn ich brauche nur eine Spannungsquelle. So, jetzt das, was hier dann im Hintergrund in dieser Simulation passiert, ist eine Knotenspannungsanalyse. Oder eine modifizierte Knotenspannungsanalyse. Die braucht ganz unbedingt einen Masseknoten. Den kann man hiermit platzieren. Und dann kann ich mit dem Wire-Tool hier mal diesen Grundstromkreis zusammen verdrahten. Und hier unten auch die Masse anschließen. Und dann sieht man, dass immer diese Lötpads verschwinden. Und dass hier jetzt so ein Masseknoten oder ein Knoten entsteht. Auch dieses Wire-Tool kann man mit Escape wieder beenden. Jetzt brauchen als nächstes die ganzen Bauelemente natürlich Zahlenwerte. Da klickt man mit der anderen Maustaste drauf. Kann der Kapazität hier eben einstellen. Das sollen 5 Mikro-Farad sein. Die Mikro kann man einfach als ein U tippen auf der Tastatur. Dann wird da so ein Mikro draus. So, und für die Spannungsquelle stellen wir schon fest. Ah, okay. Also hier kann ich den Gleichspannungswert einstellen. Hier kann ich jetzt, tja, sowas wie so ein Puls, ein Sinus. Also hier ist was mit E-Funktion. Aber so richtig cool ist das nicht an der Stelle. Hier müsste man in der Hilfe gucken, was das tatsächlich macht. Mit Rise-Delay und Anstiegszeit-Konstante und sowas. So, und also an der Stelle stellt man fest, so richtig schlau war das jetzt nicht mit dieser normalen Spannungsquelle. Wir brauchen irgendwie eine andere Spannungsquelle, eine bessere Spannungsquelle. Deswegen drücke ich einfach nochmal Escape, lösche die wieder weg und gehe nochmal auf Component. Und dann kann man sich hier so ein bisschen umschauen und stellt fest, es gibt hier vorne nochmal sowas, was wie eine Spannungsquelle aussieht. Und zwar eine sogenannte B-Quelle. Warum die B-Quelle heißt, keine Ahnung. Aber das ist eine Arbitrary Behavioral Voltage Source, eine Spannungsquelle mit sozusagen beliebigem Verhalten. Und da können wir eine Formel mitgeben. Und die klicke ich jetzt hier einfach rein. Und dann sehen wir, okay, hier steht schon mal eine Formel. Das ist ziemlich schlau und ziemlich klug. Und in die Formel kann ich jetzt eben reinschreiben, also das soll 100 Volt sein, ja, mal 1, also in Klammern 1 minus E-Funktion. So, die Zeit kann man ja auch verarbeiten, die heißt einfach Time. Und die muss ich jetzt noch teilen durch 10 Millisekunden, das sind 10 hoch minus 3 und da fehlt noch das Minus vor dem Exponenten. So, das ist der Exponent zu, das ist die Klammer zu. Und da kommt jetzt noch das U0 dazu. Und das U0 hatte ich ja hier ausgerechnet, das waren 50 Volt. Also 50 Volt müssen noch dazu gerechnet werden. So, kommt da eine ziemlich längliche Formel bei raus. Die schiebe ich mal, dass man die ein bisschen besser sehen kann auf die Seite. Und wenn man einfach Space drückt auf der Tastatur, dann wird hier so gesumt, dass das irgendwie ganz gut hier auf den Bildschirm passt. So, also jetzt können wir gucken. Wir haben die Kapazität. Wir haben diese Spannung zum Zeitpunkt 0 uns da auch reingebastelt. Und wir haben diese Zeitkonstante eingestellt und sowas. Was man jetzt noch machen könnte, sollte, dürfte, müsste, also eigentlich ist hier durch diese 50, die hier in der Formel stehen, ist natürlich eigentlich klar, dass am Anfang hier 50 Volt anliegen sollten an dem Kondensator. Wenn an dem Kondensator 50 Volt schon anliegen, also sollen, dann muss ja Ladung schon in dem Kondensator drin sein. Und irgendwie muss, irgendwo muss die ja herkommen. Also es ist eigentlich nicht verkehrt, wenn wir diesem Kondensator auch sagen, als Anfangsbedingung, pass auf, du bist am Anfang schon auf diese 50 Volt hier aufgeladen. Und das ist auch so ein bisschen trickreich, das muss man irgendwie auch wissen. Also wenn ich mit der anderen Maus, dass hier auf diese 5 Mikro draufklicke, dann kann ich hier eine Anfangsbedingung einstellen. Anfangsbedingung auf Englisch heißt Initial Condition. Und ich kann hier eben sagen, IC sind 50. Ja, also die Spannung schon am Anfang, die da drauf sind, sind 50 Volt. So, und was wollen wir jetzt eigentlich rausbekommen? Wir wollen den Kondensatorstrom rausbekommen, und zwar nach 10 Millisekunden explizit. Und wir wollen die Energie ausrechnen, die dem Kondensator zugeführt wurde. Und jetzt kann man, um die Simulation zu starten, hier auf jeden Fall mal auf Run klicken. Und dann ist der erste Simulationsmodus, der einem hier vorgeschlagen wird, auch schon mal der richtige Transient. Und als Endzeit gebe ich jetzt einfach die 10 Millisekunden ein. Und klicke mal auf OK. Und dann erscheint so ein leeres Diagramm, in dem ich jetzt mir Spannungen und Ströme anschauen kann. Und Spannungen kann man plotten, indem man einfach mit diesem kleinen Tastkopf hier draufklickt. Und jetzt sieht man hier unten in dieser Ecke, wenn man mal da hinschaut, dass das hier die Spannung am Knoten 0001 ist. Den Knoten würde ich jetzt gern mal einen festen Namen geben. Das ist jetzt so, wie das automatisch von LTSpice durchnummeriert würde. Ich gebe dem mal den Namen 1. Das soll mein Knoten 1 sein. Es gibt ja nur diesen einen Knoten noch. So, und wenn man jetzt wieder in die Ecke hier unten schaut, dann steht da, okay, das ist der Knoten 1. Wenn ich jetzt wieder simuliere, dann steht da auch, das ist die Spannung am Knoten 1. Und die kann ich jetzt mal plotten. Und dann sieht man, das ist jetzt so ziemlich genau das, was wir erwarten würden. Also die fängt bei 50 Volt an zum Zeitpunkt 0 und dann gibt es dieses entsprechende 1 minus E hoch minus T durch Tau, diese ansteigende Zeitfunktion. Und am Ende dieser 10 Millisekunden, wenn ich hier draufklicke, bekomme ich auch so einen Cursor. Das zum Cursor zugehörige Fenster erscheint wieder auf dem anderen Bildschirm. Das kann ich herziehen. Und mit den Pfeiltasten auf der Tastatur kann ich den Cursor verschieben. Also man sieht, zum Zeitpunkt 0 Sekunden haben wir 50 Volt. Wenn ich jetzt den Cursor ganz rüber schiebe, zum Zeitpunkt 10 Millisekunden haben wir 113, irgendwas Volt. Das ist auch genau die Spannung, die ich vorher mal von Hand ausgerechnet habe. Das ist schon mal sehr gut. So, und jetzt können wir genauso hier auf das Element draufklicken. Dann kommt so eine kleine Stromzange. Mit der Stromzahl kann man jetzt den Strom messen. Der Strom kriegt hier eine zweite Skala. Und da sieht man, dass der Strom am Anfang eben hier so ein bisschen springt. Also obwohl wir dem Kondensator ja schon vorher diese Ladung mitgegeben haben. Aber wenn ich jetzt auf den Strom draufklicke, dann ist der Strom, sieht man jetzt hier oben, zum Zeitpunkt 10 Millisekunden, 18,39 Milliampere. Das sind auch genau diese 18,39 Milliampere, die ich hier mal vorher ausgerechnet habe. Ich probiere es mal noch kurz aus, nur mal Interesse halber. Wenn ich jetzt hier mal das Simulationskommando noch mal ändere und sage, es gibt Initial Operating Point Solution oder er soll diese Anfangsbedingung nutzen. Ob sich jetzt was an dem Diagramm ändert? Ne, eigentlich nicht. Also es bleibt genauso, wie es schon vorher aussah. Okay, aber also nochmal Cursor hier ganz rübergerollt. Wie groß ist der Kondensatorstrom zum Zeitpunkt 10 Millisekunden? So groß stimmt auch mit der Handrechnung überein. Das passt. Und als letztes kann man jetzt hier noch die Energie ausrechnen. Welche Energie wird dem Kondensator zugeführt? Das habe ich in einer vorherigen so ähnlichen Aufgabe auch schon mal andiskutiert. Also Energie ist ja das Integral über die Augenblicksleistung, über die Zeit. Und wenn ich die Energie eben zu einem bestimmten Zeitpunkt rausbekommen will, dann muss ich auch bis zu diesem Zeitpunkt integrieren. Und die Augenblicksleistung wiederum, die kann ich mir eben elektrotechnisch ausrechnen aus U mal I. Einfach das Produkt von Spannung und Strom. So und Spannung habe ich ja, Strom habe ich ja auch. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf Plot Settings und sage Add Trace. Und ich möchte jetzt eben haben, die Spannung an dem Knoten multipliziert mit dem Strom, der durch den Kondensator fließt. Das ist jetzt die rote Kurve hier und die kriegt auch noch eine dritte Y-Achsenbeschriftung. Sieht man in Watt eben für die Leistung dort. Und ja, wenn man jetzt, also hier unten dieser Statuszeilenbereich, der ist immer sehr hilfreich mit irgendwelchen Tipps. Wenn ich jetzt hier mal den Mauszeiger da drauf platziere und man jetzt gleichzeitig hier unten liest, kann das nicht zeigen, gleichzeitig die Maus drauf haben. Also entsteht da sowas, Left-Click to Redraw, Right-Click to Edit, Control, Left-Click to Integrate. So und das ist ja genau das, was wir machen wollen. Also wir haben jetzt die Leistung geplottet, U mal I haben wir geplottet und wenn ich die Leistung integriere, kommt die Energie bei raus. Und wenn ich die integriere, dann sollten da 25,792 Millijoule rauskommen. So, also probieren wir das mal. Mauszeiger drauf, Steuerung gedrückt auf der Tastatur und einmal links geklickt und dann kommt dieses Fensterchen mehr raus und dann rechnet uns das 25,785 Millijoule raus. Und ja, hier habe ich 25,792 ausgerechnet, was natürlich ein bisschen exakter ist. Ja, also das hier ist eine numerische Lösung. Die hat so ein paar Rundungsfehler. Hier hat jetzt LTSpice einfach numerisch über diese Kurve integriert und dieses Integral eben durch eine Summe approximiert. Das ist nicht super exakt, aber größenordnungsmäßig an der Stelle und mehr als größenordnungsmäßig passt das auf jeden Fall ganz gut. So, und das heißt, solche Aufgaben hier, die kann man auch, wenn man weiß, was man hier tut und so ein bisschen die Tricks kennt, ganz wunderbar in LTSpice lösen.